Hallihallo Hallöhle. Ja, wer hat jetzt Mimimi gesagt in Killech? Ich dachte, ich wäre der Killer. So, okay, dann sag ich nicht Hallihallo Hallöhle. Dann sag ich Moin Moin. Grüß Gott. Grüß Sie und Hallo. Herzlich Willkommen. Moin Moin. Mein Herz der Frischen ist Moin Moin an alle durchgeknallt. Ja. Hier aus dem Grasbräter Freizeitstadion. Ja. Ja, herzlich Willkommen bei Dead by Daylight, sieht man ja, und ja, kann losgehen. Manu, weil du gesagt hast, du bist der Killer, wir haben alle Nevento Mori dabei, für dich. Achso. Ich weiß, wenn die alle gleiche Seite drüber einschlagen. Ja, bitte in den Keller. Dann wären wir wieder bei Hacks. Ja, Manu zeigt jetzt, was er kann. Der nimmt dann immer Macmillan mit. Warum? Ich fühl meine Macmillan. Ich fühl meine Macmillan ist Moin Moin an alle durchgeknallten hier aus dem Gasbräter Freizeitstadion. Ich begrüßen Sie beim Endspiel des Tussisermatte gegen den 1. FC Chimmerklo. Oh Gott. Alter, wir sind so durch. Wer, dann müssen wir auch mal gucken. Ja, ich bin so dafür. Wer, ne. Das muss käseln heute. Ja. Also wenn er jetzt anfängt mit dem Dialekt, dann komme ich jetzt aber mit meinem besten Niederbayerisch. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Nein, 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 nein. Wie es mich halt irgendwie grad schon wieder die ganze Zeit gegen die Wand packt. Sei der Busch. Sei der Busch... Sei der Busch! Ich bin... Ich bin der Busch. Ich komm schon an Steinbäck, das gibt es auch nicht. Ich wär dafür nächstes Mal eine andere Map zu nehmen. Wer dafür ist, hebt die Hand. Warum? Immer ich. Ich weiß es nicht, du bist ja gerade so umgerannt. Hallo Urk. Okay, hallo Urk. Oh ne, Kümmel, mach das schon. Kümmel, mach das schon? Meinst du? Oh fuck. Hat keiner gesehen? Nein, 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 das magst du nicht. Ich will mein Memento Muri als Überleben haben. Och Manu, willst du mich flaxen? Danke. Was denn? Also jetzt nimmst du aber mal einen anderen Haken. Ich bin jetzt gerade so an. Hi Laura. Der hat an, der Junge, der hat an. Ich sag's euch. Oh verdammt, das war ein Sekunde zu schnell. Langsam. Oh, wir haben ihn, wir sind da. Guten Tag und tschüss. Ein Neuer. Ein Neuer. Ist das Manuel Neuer? Ich soll hier singen, guten Tag. Hallo. Hallo. Oh, hallo. Oh, hallo. Hi. Was? Geh weg, steigern dich doch nicht so da rein. Was? Ist aber toll. Ich will das immer so gruseln dich, wenn alle sagen Hallo und ich sehe Kiran. Ja, du läufst direkt straight an mir vorbei und siehst mich nicht. Ja, weißt du doch, kennst du doch. Warte, warte. Warte. Was heißt denn? Davor, ich dich an Laura abschnürt. Guck mal da ist Laura. Oh, ha ha ha. Nein, du. Nein, nein. Und dir, helf ich nicht. Ja, ist doch nicht so als hätte ich quatschen die Leute von Morgen geholt. Oh nein, ich wolle ja mit dem Armzent reden scheiße. Hilfe! Hilfe, Hilfe! Ich muss was ich sagen, des ist jetzt richtig blut gelaufen. Hab ich doch noch gesehen, wie er mir vorbeigerandt ist hier. Nein! Der war voll! Ich glaub's nicht. Ja, das Kuh kennt mich, mein Huder. Das Kuh kennt mich. Ja, kein Thomas. Das war gut! Das war gut! Ich bin zu nett. Ich sollte den Leuten nicht mehr helfen. Ja. Tschüssli! Danke! Was? Jetzt ehrlich? Ja, Mann, oh nein! Nein! Halt weg! Ach fack! Hallo! Hallo! Guten Tag! Schon wieder der Farmer. Was soll das hier? Wengeboren auf dem Land und mehr Kühe. Ich hab keine Trau! Was? Da ist er! Ich habe ein perifäres Problem. Dafür müsste er aber treffen. Schatzi, man kann es hier mal probieren. Du hast mich verwechselt. Oh Mau, hat keiner gesehen. Doch, ich. Hat keiner gesehen. Nee, also ich habe es wirklich nicht gesehen. Wie hat er in Juli Opfer? Och, Manu. Ja, er ist gut. Mensch. Schatzi, dann kannst du es mal lassen, bitte. Das ist ja englisch. Das ist ja englisch. Ich dachte, das war das in der Sache. Ich sag ja. Anu darf kein Killer mehr sein. Er ist so ein typischer Curry. Ja. Mach du weiter. Was ist das für ein Addon, was du da schon wieder dabei hast? Tja. Tja. Einmal von der Kettensäge getroffen, dauert Heilen, Reparieren und Co. wesentlich länger. Oh, steigen. Danke. Tja. 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 Schätze Nochmal lass mich nicht im Stich Wie soll ich denn die Luke finden? Ich geb mein Bestes Wie soll ich denn die Luke finden? Er hat dich schon abgeschrieben Ja ich merk's Danke Uwe Du findest jetzt schon mal gleich dreimal nix Dreimal nix ist immer noch nix Korrekt Nein, nein, lass es Fui Aus Sag mal was macht denn unser Camper? Der Der Also Urhack hat noch klopfen, klopfen, klopfen Jetzt nicht mehr Muss auch daran liegen Mark, dass ich eigentlich fast über die halbe Karte klopfe Ja das stimmt Ich glaub klopfen Ja das stimmt Ja das stimmt Ja das stimmt Ja das stimmt Ja das ist Ja das stimmt Ja das stimmt Ja das stimmt Ja, dann haben wir alles fürs Team zu tun. Vieles waren noch Steinen. Wer weiß das schon so genug? Richtig. Ich merke das schon, der grenzt sich euch eh beide gleich. Tutto? Habt recht. Ich habe vorhin eine Frage. Nein, ich hoffe nicht das Ding, das man auf dem Boden liegen sieht. Was hat da eigentlich alles dabei? Sachen. Viele böse Perks. Ja. Das ist nichts Neues. Nee, das ist Standard bei Mani. Er flitzt durch die Gegend. Ah. Jetzt ist immer gut, wir ziehen es alle. Nö, es geht noch. Gehts noch, gehts noch, gehts noch, gehts noch, gehts noch, gehts noch, gehts noch. Ja, boom. Sprit ist teuer. Aber immerhin fast zwei von einem um die Karte rum. Oh, Laura, das war gut. Guck. Das hat auch fast funktioniert. Fast, ja, ich weiß. Ja. Du hast jetzt nicht mit... mit mir? Oder? Danke. Also, ich... ich... ich schon. Du tust mir leid. Danke. Danke. Ah, ich finde die Dings so gut. Nein! Lass mich liegen! Lass mich liegen! Lass mich... nein, nein! Manu! Ja? Nein, nicht den! Nein, nein! Challenge Scheiben! Challenge... Boah! Sag ich ja. Hallo ist... Na... Ich will leider eine andere Map. Ich hab sie nicht gewählt. Ich weiß. Luki, nimm das raus! Luki, nimm das raus! Ich will doch nur die Eisen. Willst du etwa versuchen, mich da hinzubacken? Aber ist schön, dass ich dich einfach ausbluten lasse, wenn du in diese Ecke kriegst, ja? Nimmst du das nochmal mit, oder nimmst du es nicht mit? Ich nehm es nicht mehr hin. Sicher? Ja, das hat ja keinen Sinn. Nein. Bei Manu ist fast alles zwecklos. Sinnbar. Da ist... Kopfhomalz verloren gegangen. Den stichelt der Hafer, den juckt es in den Fingern. Das ist... Wir reden auch schon sehr viel mit ihm und so, dass er seine Mordlust mal unter Kontrolle bringt und so. Schön wär's. Das ist so... Ich wär so weit. Schau mal, wo Manu, der lässt sich schon ins Fäustchen. Der ist schon... Der ist gierig, hab ich das Gefühl. Ja, ist er. Aber das ist ja nix Neues. Nimm, nimm. Nimm. Ich war mal. Doch. Kommt bestimmt ihn nörst. Oder der Doktor. Na? Na? Welchen Zimmer hätten's denn gern? Hm? Doktor. Kümmel. So weit von Doktor. So weit von Doktor. Na? Was denn? Welchen Killer hätte ich gern? Kümmel. Kümmel? Mich als Killer! Ja. Ich staue jetzt gleich Kümmel über die Karte. Ja. Nee. Ja. Kümmel hat schon gut drauf. Ja? Lachen gehört dazu. Lachen ist gesund. Ja. Ich sag doch Doktor. Ja, endlich! Nein! So, meine Lieben. Oh nein, die Nurse. Die Nurse. Nein, Doktor. Ich begrüße euch bei der Gruppentherapiestunde. Nein! Nein! Das könnte jetzt auch der Doktor sein. Ja, könnte. Ja, ne? Ich glaube, ich hab ja Backgefohnen. Alles gefixt, gar kein Problem. Der Räder fehlt ein Stück Mauer und man kann ins Graue nichts gucken. Boah. Ja. Ja, es ist der Doktor. Ja, es ist der Doktor. Ja, es ist der Doktor. Oh, hallo. Patient. Sie melden sich. Was ist das mit der Warteliste? 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 Oh, wehr dich doch nicht. Du hast es nicht ernsthaft drin den Tag. Ups. Jetzt war ich's. Der Kriss da, ey. Der ist... ... Der ist... ... für mich gemacht. Schlechtes Karma. Der Generator mag mich nicht. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Ich geh. Unser neu gebautes Therapiezentrum. Neu gebautes Therapiezentrum. Meine Ahnung, wir haben aber Gesundheitsbehindigungshilfen. Ja, du hast das doch super. Man kriegt noch viel Skill-Shack. Ja, du hast das doch super. Man kriegt noch viel Skill-Shack. Ich werde sie weg. Ach komm, durch den Baum oder was? Nein, um den Baum rum? Hä? Hä? Warum bückt sie sich? Hä? Warte, warte. Hä? Du musst mich beruhigen. Ach so, du musst dich beruhigen. Ach komm, nö. Hau der die Palette selbst auf den Kopf. Das würde ich gerne mal sehen. Ich sag ja, der hat an. Ich hab nen Generator gemacht, das ist schon gut. Naja, das ist da beim Schiff. Bei dem... Ne, was ist das? Mit Retterburg. Du hast also auch was dabei, dass die Items schneller gebraucht werden. Nein! Bzw. Warte, zu kurz. Unlang der zusage sind ins B-2 und dann sind die Aufmerksamkeit. Ja, ich weiß auch was. Unlang der Infos ist gar nicht zu Ende. Erstens, ich weiß auch was wir, nicht mehr ÄNCH. Verweigungsstilfeier undlaustig. Untertitelangstilfeier und leistet. Oder. Ja. Hi. Oh, schon wieder, Ecke. Hallo. Vielleicht auf der anderen Seite. Na, du hängst mir gerade nicht. Zweite. Warum kommen die Fähigkeitschecks jedes Mal, wenn man sich jucken will? Ja, ich juck's auch gerade. Ich kann aber nicht. Ja, also gerade zu von mir ist das ein Schiff, wo der Druck ist. Ich bin schon fast ein Generator. Also jetzt würde ich nicht kommen, mich retten. Hallo. Hallo. Ein wunderschönen guten Tag. Sehen Sie das Wetter? Es ist wunderschön. Es ist neblich. Wunderschön neblich. Ich weiß ja nicht, ob das so dein Lieblingswetter ist. Nur eigentlich nicht, aber man ist es gewöhnt. Sie sind ein böser Doktor. Ich mag sie nicht. Was ist denn der Rocky? Ich mag sie nicht. Ich muss nicht aufmachenonne. Amen Tja. 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 Na, lauft immer. Ich glaube. du glaubst ich habe doch nicht ein generator gemacht ich glaube du kommst auch nicht zu mir aber aber schrei doch nicht so ich könnte meine maus zerbeißen daneben ich glaube laura lockt ihn weg also wenn ihr zu den anderen ausgang kommen wollt so wie sieht es aus status bericht ausgang ist offen der ist immer noch bei mir ach das trifft doch nicht, schade Duki, wo bist du denn? warte mal stopp stopp ja stopp nee, nicht du nee, hei, pssst, komm mal hm 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 nee,een,ein,ein,ein ert... das ist eine Schild ah okay sehr gut psychopart sehr gut psychopart nein 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 oh ja ich komme im keller alles klar schon wieder der porno keller das ist doch die hat er verlegt die sind im davon gelaufen weil das im zimmer nicht aufräumt oh ha Ja, kommt noch nicht mehr. Er ist zwar im offenen Ausgang zuletzt, habe ich ihn gesehen, ich musste raus, er hatte mich fast. Alles gut, alles gut. Also wenn... Wenn frisch Luft ist... Können wir frische Luft holen. Ihr könnt gern raus. Dann komm ich den Bitten mal nach. Der Feigl. Hat noch nicht mal wirklich Herzschlag und flüchtet schon. Noch ein harte Herzschlag. Noch nicht mal wirklich. Ich bin ja schon hier... ...traumatisiert. Meine Behandlungsmethoden sind patentiert. Ah ja? Und wohl dokumentiert. Wenn ich das jetzt mal schaue. Stimmt das auch? Mit den Einschläge gegen... Kümel, wie schaut's aus? Äh, kannst? Ich kann auch. Ja? Bist du beim... Okay. Geh raus. Kümel, kommel, kommel. Jaja, ich weiß schon. Auf Wiedersehen! Der eine Rabe kreist sich schon über meinen Kopf. Der eine Rabe hört man doch nicht. Oh ja. Oh Gott. Gott sei Dank sind die Mano runden jetzt um. Oh ja. Ja, das Wasser auch erstmal weiter. Bei Daylight, ne? Ja. Ja, hast du gesagt? Sehr schön. Ja! Ja. 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 Ne gut, alles klar. Dann sag ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und, äh, wir sehen uns bestimmt irgendwie, irgendwo, irgendwann. Also, schönen Tag, Abend, wie auch immer euch noch. Und bis dann! Tschüss, tschüss! Tschüss! Das heißt doch, jemand Aggressionshilfe braucht einfach melden. Schöne Tageszeit.